Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei One in the Chamber. Ich müsste mir irgendwie mal einen anderen Spruch ausdenken, so. Ja, das... Aber es gibt so viel, was man nicht mehr sagen. Ich meine, Jo, willkommen liebe Jo, das kann man nicht mehr sagen und... Ungeheuer guten Tag kann man nicht mehr sagen und Aloha kann man nicht mehr sagen und... Wer sagt denn Aloha? Äh, der Kev. Also Kev. Der Kev. Achso. Weiß schon, wie... Du spielst, sag das. Und Dena sagt das. Und... Ich sag auch das. Das. Wir können ja einfach zu Anfang mal das sagen. Okay. Das. Ich bin raus übrigens. Warum bist du raus? Premium. Oder wir sagen einfach nur noch Premium. Äh, 20. 20. Slashvote... Äh, machen wir 1. 1. Da war ich noch nie. Ich war noch nie im Candyland. Hui. Ich wäre gerne mal im Candyland. Oh, naja. Candyland. Nur bei... 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 bei Willy Wonka. Oh, Willy Wonka, Alter. Hast du... hast du den Film gesehen? Den Film habe ich neulich gesehen nochmal. Aber ich war... ich habe ja... Ich bin die Verarsche ziemlich geil. Ich habe einen Love-Film. Abo. Und... da guckt man sich solche Filme an. Das ist bestimmt zu Weihnachten total geil, wenn man sich solche Filme anguckt. Ach, Weihnachten. Willy Wonka. Willy Wonka passt doch nicht zu Weihnachten. Natürlich, Alter. Schokolade. Was ist da los? Weihnachten. Winter. Den... 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 den etwas dickeren Kerl, der in die... den Schokoladenbrunnen findet ziemlich geil. Ja. Das verkörpert uns Deutsche ganz gut, finde ich. Ja, natürlich. Wir sind ja alle so, ne? Irgendwie ist das leicht rassistisch, oder? Ja. Aber nur leicht. Die Eltern sind Metzger in Bayern. Ja. Ist schon... ist schon schön. Aber wir sind ja... wir sind ja alle so, ne? Wir sind ja alle total fett. Vorsätzlich. Und... Mögen Schokolade. Also Schokolade mögen wir nicht. Ich schlag Schokolade. Wir sind nicht alle fett. Also ich glaub... Ich kenn keinen, der keine Schokolade mag, Alter. Ja. Ich auch nicht. Ganz ehrlich jetzt. Ja. Irgendwie... Egal. Kennt ihr jemanden, der Schokolade mag? Schreibt's in die Kommentare. Keine Schokolade mag. Keine Schokolade... ja. Kennt ihr jemanden, der Schokolade mag? Schreibt's in die Kommentare. Oh, Mann. Yeah. Tot meine... Knapp ab. Hoffentlich... Explodiert ja. Genau. Explodiert alles. Oh. 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 Hab ich mich erschrocken. Was? Ich wurde rausgekickt. Ja. Kann nicht wahr sein, Mann. Was ist da los? In 15 gehen wir danach. 15. 15. 15. Wo sind die 15? Ja. Und da vote ich auch nochmal für Candyland. Slash vote dry. Wie will man die dry? Oh. Ich bin die dry. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht tun. Ein bisschen. Okay. Mir geht's grad die Musik auf und sagt, ganz klar, Moment. Das können wir ja nebenbei nochmal ändern hier. Also die Stimmung, die musst du jetzt mal wirklich ändern, Mensch. Dry. Das macht mir Angst. Siehste? Nimm nicht Angst. Nimm nicht viel Angst. Nimm nicht viel, viel, viel Angst. Hab ich schon erwähnt, dass es mir Angst macht? Ja. Oso. Ja, dann ist es natürlich was aneinander. Dann ist gut, ne? Hm. Das ist schon so ein starkes Stückchen. Irgendwie haben wir das alles schon mal gehört. Sag's immer, wenn's losgeht. Ich bin hier so noch so ein bisschen. Ja, noch 40, noch 40. Ich bin ja noch so ein bisschen am Dingsen, ne? Ja, ja, mach das. Oh, so ist Musik, da ist man halt immer ein bisschen Händel. Was? Naturfreund. Naturfreund. Ich kenn nur Natursekt. Also das ist was anderes wieder, aber... So heißt hier einer. Oder... QBJ. Ich kann's ja mal so fragen. Weißt du, was Natursekt ist? Nein. Okay. Ist doch besser so. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich kann's mir denken, aber ich will's nicht aussprechen. Oh, jetzt geht's los. Oder wurde schon wieder gekickt? Nein, jetzt geht's los. Ich glaube, du kannst es dir wirklich denken. Ja, kann ich das? Ja. Was? Ich hab doch früher... Abgedrückt. Abgedrückt. Das hat sich gerade... Okay, ich camp jetzt hier oben. Ich hab jetzt Spawncamp gemacht. Oh, bitte Gott. Bitte Gott, verzeih mir das. Also ich camp jetzt hier oben. Irgendwie bin ich hier hochgeklettert und... Hier kann man überall... Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Mein Mauspad ist verrutscht. Oh, nein. Das war zu kurz. Jetzt muss ich ja runter. Was? 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 Du triffst mich nicht. Du Sau. Der hat mich getroffen. Alter, nein. Der Spawncamp, die... Das warst du. Nein, bin ich nicht. What the fuck? Das warst du. Alter, ich werd hier abgeschossen. Das war ich nicht. Alter, ich werd hier nochmal abgeschossen. Der Spawncamp. Der Spawncamp. Der Spawncamp. Ich bin tot. Echt? Ganz tot? Ne, zwei Herzen hab ich noch. Also zwei Leiden. Beobachte dich. Ich bin hinter dir. Bist du tot? Ja. What the fuck? Ich hab ne drei Kills. Komm schon. Oh, geil, geil, geil. Oh, wow. Jetzt legt er los, Alter. Da kommt noch einer. Ja, nein. Hol ihn dir. Ich schlag ihn mit dir. Der ist tot. Ja. Jetzt lass dich reing... Warte, da kommt einer. Fall. Nein. Vorbei. Nein. Nein, hör auf, hör auf. Oh Gott. Du hast doch nicht. Ich hab aber noch ein Leben. Nein, jetzt nicht mehr. Ich bin tot. Das war so klar. Ja, dann schnell in den Hapf. Hup. Hup, hup. Und dann noch ein Schluckten. Ja. 13. 14. Okay, 13. Du warst schon vorher drin. Ah, ah, ah. Was zur Hölle? Was? Der andere ist zuerst in mich reingelaufen. Ja, er mag dich. Guck mal, hier ist ein Wolf. Kolbe 99. Kolbe. Da denkt sich bestimmt auch gerade so, what the fuck. Gucken, wen gibt's hier noch? Hup, hup. K, 2000, K. Okay, das ist jetzt pervers. Was ist pervers? Alter, ernsthaft? Wer hat das von sich aus gemacht? Warte. Ernsthaft? Du wächst in die Position. Nein. Er will sein Po an dich. Alter. 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 Kann sowas auf YouTube zensiert werden? Ich würde es ganz rausschneiden. Der Wolf guckt euch dabei zu. Ja. Er ist ein... Alter. Alter. Hey, hier ist Caitlyn. Ich muss hier nicht gleich weinen. Das war schon schön. Er ist der Pädobär. Er ist der Pädobär. Er ist der Pädobär. Ich weiß nicht. Er ist der Pädobär. 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 Nein. Ich weiß wie man da rein kann. Ach ja. Hier oben. Ups. Ich kann hier oben campen. Das ist ja geil. Das ist ja übrigens geil. Alter. Ich ziehe gerade alle mit dem Bogen ab. Was geht denn bei mir? Boah. Läuft bei dir. Digga. Was ist da los? Komm her. Hör sich Kuchen. Ich habe den Wolf im Visier. Nein. Ich bin einmal gestorben. Aber mein Schwert verschwindet auch irgendwie. Ich bin noch nicht einmal gestorben. Also das ist eine gute Quote hier. Was ist da los? Zweiter Kill. Junge. Junge. Ich habe noch gar kein... Wo hat der den fix? Was? Alter ich habe doch einen Fall. Was ist hier los? Was? Nein, 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 nein. 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 Alter. Was ist denn das für Schwerter? Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Dieser Wolf ne? Ich möchte das nicht. Tapptappdubididu. Oh. Boah. Tapptappdubididu. Wo? Kommt der auf einmal her? Das hat mich schon gestorben. Nein. Ich kann doch nicht vorbeischießen. Ihr schafft. Alter. Was the fuck? Was the fuck? Was the fuck? Was up? Alter. Wie viel Leben hast du noch? Drei. Oh, vorbei. Hedgehardt. Wie kann der mich mehr schlagen als ich ihn? Alter. Regen sie sich alle jetzt auf. Lauf bei uns. Ja, finde ich auch. So. Warte mal. Drei Leben habe ich noch. Und du? Ich habe noch ein paar. Eins. Echt? Ja. Das wäre richtig schlecht, Alter. Richtig schlecht. Ja. Warum spiele ich überhaupt mit dir? Ja, weiß ich nicht. Ich wollte ja skillern, nur dass du selbst einen YouTube-Kanal haben. Aber du hast ja kein gutes Internet. Warte mal. Für 6D. Ich bin gestorben übrigens. Ah. Ich bin hinter dir. Da freut mich gerade einer. Ich habe mich so beobachtet. Ich brauche nur ein Thumbnail, Alter. Ein Thumbnail. Ein Thumbnail. Warte. Ich will da rüber machen. Was? Öh, du bist tot? Bist du tot? Nee. Nee. Einen neben habe ich noch. Eins hast du noch? Boah. Eins habe ich noch. Also das sind alles so geile Desktop-Hindergründe, wären das hier so. Man. Wofür? Wofür? Bist du? Bist du tot? Ich bin tot. Oh. Ja, wenigstens 7, ja? Wenigstens 7. Also war schon gut jetzt. Ja, das war einfach nicht schlecht. So, wir haben elf Minuten, siehst du, so wie ich die Folgen haben. Kurz und knapp. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Wie deine Oma. Äh, bis zum nächsten Mal. Haut rein, mach zu dafür. Ciao. Woher willst du das wissen? Tschüss. Tschüss. Tschüss.